Diese ganzen Fragen beantwortet eigentlich ja niemand vorab, deswegen da Customer Success mit einzubauen, ist halt ultra smart, finde ich. Wie würdest du reagieren, wenn du jetzt hier durch Winterhude läufst in Hamburg und auf einmal so ein Billboard ziehst mit deinem Name, wo du Feedback an irgendein Tool gegeben hast? Ich weiß nicht, für mich wahrscheinlich irgendwie... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wie kann ich schaffen, dass aus meinen Kunden eine eigene Community fast schon entsteht? Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Revenue Marketing Realtalk Podcasts. Heute gehen wir mal in das Thema Customer Marketing und Retention. Warum das Ganze so wichtig ist, warum es noch so ein bisschen unterschätzt wird und vernachlässigt wird und was man da eigentlich so ganz konkret machen kann an Strategien, Taktiken, um das Thema auch für sich und sein Unternehmen gut aufzubauen. Amazek, kommen wir mal kurz zu dir. Wir haben schon ein bisschen länger nicht geredet, weil ich unterwegs war. Wie geht es dir eigentlich heute? Fantastisch. Das geht wirklich sehr gut. Doch. Was ist passiert diese Woche? Boah, also hier muss ich sagen, passiert immer ein bisschen sehr viel, um es zusammenzufassen. Aber ich glaube, im Endeffekt bauen wir es gerade, das Ref-Offs-Department ja auch stark aus, an ein paar sehr coole Talente auch, mit denen wir da gerade sprechen, aber auch auf anderen strategischen Positionen. Und dadurch spreche ich mit sehr vielen neuen Leuten, die alle Bock auf Yoyaba haben. Und das färbt sich natürlich ab. Was excitet dich denn aktuell so am meisten generell im Markt, aber auch in deiner Welt? Ah, ich würde sagen, es gibt mehr Optimismus wieder, also im Markt zumindest, als noch letztes Jahr. Das ist immer gut zu sehen. Das spiegelt sich direkt auch bei den Kunden wieder, wenn ich über Zielsetzungen spreche, über Budget spreche, etc. Das ist einfach gut und ich glaube, viele Unternehmen sind einfach auch wirklich durch eine harte Zeit gegangen, in den letzten sechs bis acht Monaten, so im Start- und Scale-Up-Bereich, im Dachmarkt sicherlich auch in anderen Märkten. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Personen nieder, die an den Unternehmen sind. Die verlieren viele Kolleginnen und müssen auch für sich selber, glaube ich, schwere Entscheidungen treffen. Und ich habe das Gefühl für, sicherlich sind da einige auch noch im Prozess, aber viele kommen da gerade auch so ein bisschen raus und haben sich neu gefunden oder sind gerade im Wiederfindungsprozess, auch kulturell. Und das ist schön zu sehen, ein bisschen mehr Stabilität wieder. So macht es für mich den Eindruck. Gleichzeitig aber auch ein bisschen mehr Interesse wieder und Offenheit und auch gewissen Mut, mehr in Wachstum wieder zu investieren. Absolut, ja. Doch, das sehen wir auch auf jeden Fall. Kommt natürlich auch viel von der, von AI-Thematiken mittlerweile einfach. Das sieht man natürlich auch. Jeder da an der Strategie dran. Für einige sehr leicht und irgendwie additiv zum Produkt und für andere sehr schwer. Weil es ist so ein bisschen so, okay, wie kriege ich da jetzt AI rein? Das ist so ein bisschen, okay, Co-Pilot. Und das ist halt immer so, ja, ist das ein guter Ansatz oder nicht? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Diskussion. Können wir vielleicht auch nochmal eine Folge darüber machen. Und so, wie sieht es da eigentlich aus? Was hat das für einen Impact? Wenn ihr Bock auf diese Folge habt, dann jetzt mal in die Kommentare reinklatschen. Dann machen wir da eine Folge drüber. Absolut, ja. Wäre sehr, sehr spannend. Nee, aber sonst, natürlich kommt es auch, ich weiß nicht, ob das auch mit dem Frühling, mit dem Sommer zusammenhängt, so ein bisschen. Ich habe immer das Gefühl, das spielt eine Rolle, auch wenn alle immer so tun, als wäre das... Es steht etwas Großes bevor. Alle immer so sehr, sehr rational natürlich und Entscheidungen treffen, aber man trifft einfach, glaube ich, ein bisschen andere Entscheidungen auch im Sommer, wenn die Sonne auch da ist und so weiter. Es ist auch immer spannend zu beobachten, wie dieser Zyklus dann doch immer alle auch sehr beeinflusst. Ich finde, wenn wir über Wachstum nachdenken oder auch Investitionen in Wachstum, dann denken wir direkt immer irgendwie an Neukundengewinn. Das ist so das Erste, was irgendwie direkt auch im Kopf ist. Aber in vielen Fällen ist es meistens gar nicht so der größte Wachstumstreiber dann auch. Also es gibt sehr viele Unternehmen, da denke ich jetzt zum Beispiel an auch so ein Celones oder andere, die halt sehr viel Land and Expand machen. Also die sich primär auch darauf fokussieren, die Accounts, die sie bereits haben, also die aktiven Kunden, extrem stark auszubauen und weiter quasi natürlich Churn zu vermeiden, Retention zu erhöhen. Aber natürlich auch den Account viel, viel größer zu machen, auch vom Umsatz, der dann eingespielt wird, als er eigentlich bisher war. Wie siehst du denn das ganze Thema Customer Marketing und Retention? Ja, wahnsinnig unterschätzt sehe ich das. Insofern, als dass die Marketing-Zielsetzungen natürlich oft auf New Business, also nur auf New Business ausgelegt sind. Was natürlich auch einen Sinn macht, dass es ein wahnsinnig großer Hebel, den Marketing direkt beeinflussen kann, unbedingt. Nichtsdestotrotz, wenn wir so ein integriertes Revenue-Team denken, da wird da nicht nur Sales für New Business dazu, sondern eben auch eigentlich Customer Success beziehungsweise alles, was nach dem Close passiert. Und dadurch, dass dort wenig inzentiviert wird und auch wenig Fokus in der Zielsetzung vom Leadership stattfindet, werden natürlich auch wenige Maßnahmen dort unternommen. Und die Maßnahmen, die unternommen werden, sind oft mit wenig Kapazität und wenig Gedankengut vollzogen. Das heißt, dann kommt vielleicht mal nochmal eine Anordnung, hey, kannst du nochmal aushelfen, können wir da irgendwie, wir haben ein neues Feature, können wir das irgendwie über Ads kommunizieren an eine Kundengruppe. Das kriegt man dann vielleicht gerade noch so mit ein bisschen Überstunden rausgehustelt aus dem Marketing-Team. Hast du aber eigentlich gar keinen Platz für, da richtig drauf rumzudenken. Gilt übrigens auch für Partnership generell als Motion, sprechen wir heute nicht so stark drüber. Aber auch da, wie viel Support kriegt man da, ist irgendwie auch Ausschlaggebend für den Erfolg auch da. Und ja, das sind ganz interessante Bereiche, die uns, glaube ich, fordern als Marketer auch integrativer, selbst innerhalb von Marketing zu denken, um eben zu beeinflussen, dass Kunden und Kundinnen länger bei uns bleiben und oder auch größere Suits kaufen. Und das ist ein absoluter Wachstumshebel für jedes Business, was recurring ist, ist einfach, dass die Leute weiter zahlen oder mehr zahlen. Ja, und dann ist ja auch meistens so, gerade im Customer Success, dass oftmals einfach nur irgendwie Waldbrände gelöscht werden. Also sehr reaktive Positionen in den meisten Fällen, dass man halt sich immer dann nur primär um Kunden kümmert, wenn die sich jetzt irgendwie groß beschweren oder wo irgendwelche Red Flags auftauchen oder vielleicht sogar Yellow Flags erstmal, die darauf hinweisen könnten, dass ein Kunde eventuell churnt. Und nur dann wird irgendwie intensiv Zeit und Energie auch investiert, um den Kunde zu retten. Aber jetzt die Kunden, die eigentlich schon glücklich sind und in einem emotionalen, sehr positiven State sind, sind ja gerade diejenigen, die am wahrscheinlichsten sind, dann auch einen Renewal zu machen oder vielleicht noch ein höheres Paket zu kaufen, zu upgraden, vielleicht noch ein weiteres Department dazu zu nehmen etc. Und da, wie du sagst, finde ich, macht vielleicht teilweise Customer Success ein bisschen was, Sales vielleicht auch, aber Marketing wird eigentlich aus diesem Bereich oftmals komplett außen vor gelassen. Absolut, ja. Kurze Anekdote dazu, weil es ist diese Woche passiert. Mit dem Kunden onboarden wir gerade das Smart Tech-Bereich aus dem Attribution-Bereich Tool und das ist das erste Mal für mich, dass ich eine richtig, selbst als dritte Partei quasi, ich bin ja gar nicht direkt beim Kunden aufgehängt, aber dass ich eine richtig extrem gute Customer Success Experience mache im SaaS-Bereich. Wie die aussieht, ist brutal. Tell me all about it. Also viel heißer kannst du mich nicht machen. Ich kriege eine Mail letzten Freitag, hey, das ist Lilly, ich stelle mich mal vor und ich helfe gerade dem Kunden hier mit dem Onboarding etc. Das hat eine extrem geordnete, sortierte und sinnhaftiges Sheet mit angehängt, wo alle Steps mit allen Stakeholdern und Deadlines etc. alles aufgelistet ist. Es sind mehrere To-Dos schon vorangelegt und templatisiert, sodass man nur noch befüllen muss. In unserem Fall war ein To-Do, ein Next Step, irgendwie auch gewisse UTM-Strukturen anzugeben etc. Da gab es alles schon einen geordneten Platz für, man muss es nicht einfach rüberflanken. Es gab aber auch die Möglichkeit, ihr das einfach, also ihr meint auch, hey, wenn es euch zu viel Stress ist, schickt mir einfach über Mail zu, dann mache ich es selber. Also es gab, hat es auch viele Optionen einfach so, was uns versucht, so einfach wie möglich zu machen. Der Cracker war aber im Endeffekt, dass ich dann Freitag gar nicht mehr auf die Mail reagiert hatte, kam Montag direkt ein Follow-up, hey, lass mich wissen, ob du irgendwelche Fragen hast, so ich wollte nur nochmal nachhaken, mit dem CEO von dem Tool, MCC, plus natürlich meinem Kunden, also auch so leicht Pressure ausgeübt, muss man sagen. Dann gehe ich in das Sheet rein und es steht in den Notes direkt, dass sie jetzt schon zum zweiten Mal seit Datum letzten Freitag den Outreach auf mich gemacht hat quasi und dass die Expected Delivery, ohne dass ich irgendein Commitment abgegeben hatte, next day ist. Also relativ viel Pressure ausgeübt, auf der einen Seite sehr wohlwollend, unterstützend. Nicht ganz, aber auf der einen Seite zieht direkt Forward zum Team, Leute. Kriegt die UDMs da rein, aber schnell. Ne, witzig, weil auf der einen Seite sehr wohlwollend, unterstützend zu uns, also gar nicht irgendwie feindlich. Das ist ja auch wichtig, irgendwie alle Parteien. Aber wenn man ehrlich ist, hat sie natürlich einen Job irgendwie, das Onboarding gut nach vorne zu treiben und wenn sie das Gefühl hat, das kriegt sie besser hin oder da ist vielleicht gerade eine Agentur ein Bottleneck und deswegen schreibt sie lieber nochmal die Mail und hält sie in den Notes auch fest etc. Denn es ist natürlich ein effektiver Weg, da schnell und also Geschwindigkeit einfach drauf zu kriegen. Und um das jetzt nochmal zu verbinden zu dem Customer-Marketing-Thema, das ist die gleiche Person in der Company, die tatsächlich auch eine Content-Strecke selber baut und selber vermarktet. Das heißt, die Person ist selber aktiv auch auf LinkedIn und spielt auch in Marketing-Aktivitäten eine Rolle, wo sie erklärt, wie kann man das tun, auch besser nutzen. Was gibt es eigentlich für versteckte Faktivitäten? Sind das dann Ads auch, wo sie das auch erklärt? Oder sind das Content-Pieces auf der Website? Haben die einen Podcast? Wie machen die das? Ich habe es bislang nur auf LinkedIn einfach gesehen. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie das auch für Ads benutzen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes, qualitatives Content-Piece und macht auch Sinn aus der Customer-Success-Ecke, dass das kommt. Weil die kennen das Tool, die kennen die Features, die wissen, was sind so, die bringe ich den Kunden nicht nur von 0 auf 1, dass wir das Tool integrieren, sondern was sind auch so die Sachen, die man dann on top noch mehr machen kann. Und das ist so Content, der, glaube ich, darauf ausgelegt ist, eben die bestehenden Kundinnen von 1 auf 2 zu bringen. Das ist super, super interessant. Auch für New Business, wenn man nochmal einen besseren Einblick kriegt, aber es, glaube ich, nicht, würde ich so einschätzen, nicht targetiert darauf. Gerade das Onboarding ist ja auch so eine Sache, die ultra wichtig ist. Komplett. Die Frage, wie ist eigentlich dann der Prozess? Die Prozessfragen, die die Leute ja schon sehr, sehr oft, bevor sie ein Tool haben, kaufen. Einfach mehr Sicherheit zu gewinnen, aber die fast kein Unternehmen eigentlich beantwortet. Also, welche Leute in deiner Company solltest du involvieren? Wie lange ist der Onboarding-Prozess? Was machen wir da konkret? Wie viele Ressourcen solltest du einplanen? So, diese ganzen Fragen beantwortet eigentlich ja niemand vorab. Deswegen, da Customer Success mit einzubauen, ist halt ultra smart, finde ich. Absolut. Und der Vergleich mit vielen anderen Customer Success Teams, von dem, was ich so an persönlichen Erfahrungen gesammelt habe, ist halt drastisch und deswegen auch so leicht, dort rauszustechen, weil normalerweise kenne ich das so, dass man nach zwei oder drei Monaten, wenn man das Tool schon gekauft hat, vielleicht mal eine Nachricht kriegt von mir so, hey, kann ich was tun? Oder vielleicht gibt es auch mal am Anfang eine Begrüßungs-Mail und dann alle drei bis vier Monate gibt es irgendwie einen klaren Touchpoint, der darauf ausgelegt ist, Renewal irgendwie zu treiben. Das ist nicht so sehr nah dran. Es ist nicht so jemand, der alle Details versteht von dir, der das Unternehmen kennt, der sich vielleicht die Sales Notes auch angeguckt hat, der wirklich versteht, wo du stehst, wo du hin willst und dich dabei begleitet. Das ist so ein großer Unterschied, weil das den Time-to-Value einfach so stark verkürzt. Das heißt, ich bin mir so sicher bei dieser Person, weil die so einen kompetenten Eindruck gemacht hat, dass die dem Kunden extrem helfen wird, so schnell wie möglich starken Value und ROI aus dem Tool zu kriegen. Wenn du das einmal erledigt hast und es einmal geschafft hast, warum sollte ein Kunde dann noch churnen anytime soon? Das war sehr, sehr spannend. Und dann gerade auch die Connection zu Marketing zu sehen, wo wirklich ein Content-Pool aufgebaut wird an Ressourcen, die exklusiv für Kundinnen zur Verfügung gestellt wird, ist wahnsinnig spannend. Und letzter Punkt noch hierzu, das ist kein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, von dem ich hier spreche. Das ist ein Start-up, das ist ein Scale-up. Die haben eine Person, soweit ich weiß, vielleicht haben die zwei oder drei, aber kein großes Team im Customer-Success. Das heißt, die bauen das von Anfang an integrativ mit auf. Krass. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie gehe ich denn überhaupt Customer-Marketing an? Also wie fange ich überhaupt damit mal an? Was für Content? Wie gehe ich da vor? Was wäre denn so, wenn jetzt ein Unternehmen hier gerade zuhört und sich denkt, stimmt, ich habe noch gar nicht wirklich darüber nachgedacht, alle unsere Fokus-Marketing ist auf New Business. Was wäre denn so der erste Schritt, den du mitgeben würdest, um da mal mit anzufangen? Also ich denke, mehr Fokus auch, vielleicht gibt es das eben schon aus den bestehenden Customer-Success-Interviews, wie auch immer da die Struktur aussieht. Aber erstmal mehr Fokus natürlich auf Datengenerierung. Wo hakt es bei den Kunden, die onboarden? Also was sind so die Gründe, warum die auch gehen, etc. Und da wirklich mal reinzutauchen und auch mit Kunden im besten Fall zu sprechen. Kann auch über Customer-Success gehen, ob man jetzt selber noch das Gespräch aufmacht, sei man hingestellt. Das ist auch mal eine Ressourcenfrage. Muss auf jeden Fall irgendwie verstehen und daran kommen, was so die größten oder die häufigsten Gründe sind, warum Kunden gehen, nicht zufrieden sind, kein Value finden, etc. Und ich glaube, dann dort da Content für aufzubauen und den zu distribuieren, kann man über Paid machen, ganz normal, LinkedIn etc. Man kann es auch über ein eigenes On-Media-Format machen, vielleicht irgendwas, einen exklusiven Member-Bereich oder, oder, oder. Es gibt verschiedene Modelle, wo man dann diesen Content zur Verfügung stellt. Ich glaube, es ist halt immer wichtig, auch da nochmal, am besten kommt es mit dem Customer-Success-Team zusammen, alleine, um auch sicherzustellen, dass das Team aus dem Customer-Success auch die Materialien weiter promotet und sagt, hey, hast du das schon angeschaut oder soll ich dir das nochmal erklären? Also das ist nicht einfach nur so Content-Leichen erstellt werden, die nie von jemandem geschaut werden. Vielleicht kommt einmal eine Mail, aber das bringt irgendwie auch nichts. Muss halt schon nochmal irgendwie so ein bisschen an die Hand genommen werden. Das heißt, so die menschliche Komponente ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen und trotzdem willst du so einen Pool aufbauen von wichtigen Materialien, die die Kunden irgendwie verstehen wollen und müssen. Ich glaube, was super powerful ist, ist in der ganzen Geschichte, ist halt wirklich zu sich zu überlegen, wie kann ich schaffen, dass aus meinen Kunden eine eigene Community fast schon entsteht, dass halt innerhalb von unseren Kunden auch Austausch stattfindet und nicht immer nur wir als Tool-Provider und eins zu eins für ein Kunde, sondern auch die untereinander, weil die haben ja offensichtlich ähnliche Probleme und suchen ähnliche Lösungen, weil sie das gleiche Tool nutzen und sind daher, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Unternehmen auch relativ ähnlich sind und weitere zusätzliche ähnliche Probleme haben, sodass sich der Austausch extrem lohnt beidseitig. Und da fällt mir zwei Beispiele ein. Das erste ist Perspective, also das Start-up von Michael Bogner, was wir übrigens auch nutzen, das Tool, große Empfehlung, richtig gutes Tool für Funnels bauen, Landingpages etc. Und was die halt gemacht haben, ist, die haben schon seit Jahren eine Facebook-Gruppe, wirklich eine Facebook-Gruppe, wo man denkt, hä, wir haben 2024, wer ist noch auf Facebook aktiv? Und die haben jetzt auch Kunden, viele Agenturinhaber einfach, die jetzt noch nicht super alt sind, sondern eher moderne, jüngere Agenturen, die erst recht nicht mehr auf Facebook eigentlich sind. Trotzdem schaffen die es, dass die Facebook-Gruppe bis heute ultra aktiv ist und die kaum noch Moderation machen müssen, weil da so viel Austausch und Kommunikation drin stattfindet, dass sie sich halt Fragen stellen. Jeder hat, also viele haben ein Problem und stellen die Frage rein und dann kommen ganz viele andere Kunden und beantworten für die dann die Frage. Und das ist schon krass, weil da hast du natürlich eine Plattform geschaffen, der extrem Mehrwert schafft für alle und man fühlt sich direkt, man ist so Teil von etwas, von einer Community und wir alle wollen ja Teil von Communities sein in unserem Leben, in den verschiedensten Bereichen. Und dadurch schaffen sie es halt, dass natürlich extrem viele Empfehlungen kommen und natürlich die Retention extrem stark ist bei denen, weil sie halt diesen Ort geschaffen haben, wo man quasi so einen Safe Space hat und über seine Probleme und Challenges mit dem Tool auch sprechen kann. Und das ist halt schon mega. Ob man das jetzt mit Facebook macht oder mit einem anderen Tool, muss man gucken. Aber ich glaube, mal so Richtung Community auch ein bisschen zu denken, wie kann ich eigentlich meine Kunden noch besser connecten, weil ich dadurch halt nochmal einen extrem starken Netzwerk Mehrwert auch schaffe, der unabhängig von meinem Produkt auch erstmal ist, ist halt schon mega nice. Und da kann man, denke ich, auch relativ inoffiziell und scrappy anfangen. Also die Facebook-Gruppe würde man jetzt auch nicht erwarten von einem super professionellen, aufstrebenden Unternehmen. Aber ich glaube auch gerade, weil es irgendwie so nahbar und nicht so super hochprofessionalisiert ist vielleicht, funktioniert es auch ganz gut. Das ist, glaube ich, immer wichtig zu... Also was zählt ist die Intention dahinter? Machst du die Community, um dann drei Monate später alle, die sich anmelden, irgendwie versuchen zu absellen oder Outreach machst oder in dem du versuchst, da Referrals rauszukriegen? Oder machst du es wirklich mit der Intention, die Leute zusammenzubringen und da was Cooles zu schaffen? Findet natürlich auch eine Menge Wertschätzung statt, wenn dann vielleicht auch mal jemand aus dem Management oder allgemein... Ich meine, Michael in dem Fall macht ja auch Content auf LinkedIn, ist vielleicht auch ein bisschen bekannt in der Agenturszene generell. Wenn der mal was beantwortet in der Gruppe, ist das auch direkt ein cooler Effekt irgendwie. Komplett. Und fühlen sich Leute auch gewertschätzt und verstehen auch, dass auch die Top-Führung des Unternehmens quasi nah am Kunden agiert. Es ist einfach, glaube ich, wichtig, wie viele Kunden das zu wissen. Ja. Ja, und ich meine, ich muss mir überlegen, wie viele Content-Ideen alleine daraus generiert werden durch diese Gruppe. Und Feature-Ideen. Ja. Alles. Alles. Das komplette Product-Feedback, Marketing-Feedback, alles eigentlich wird wahrscheinlich, nehme ich mal an, daraus auch geschöpft. Ja. Finde ich super spannend. Und ein anderes Beispiel, das ich noch erwähnen wollte, ist von Audience Plus. Die haben quasi ein Tool, um deine eigene Resource-Page in Form von so einer Media-Company Netflix-Style quasi zu bauen. Auch geiles Tool, kann ich auch empfehlen. Und was die halt machen, ist, die machen so einen Customer-Roundtable. Die laden alle ihre Kunden, ich glaube, einmal im Quartal ein, für den exklusiven Roundtable. Einfach nur, um auch einen Raum zu schaffen für Austausch, wo halt dann die Marketing-Leader quasi reinkommen von den Kunden oder die, die halt das Tool auch betreuen und ihre Fragen stellen können. Und gleichzeitig präsentieren sie aber dann immer noch quasi, ja, nicht Success-Stories, sondern eher so Dinge, die andere Kunden gemacht haben und gut funktionieren. Für Use-Cases. Use-Cases einfach für konkrete Sachen. Und starten so ein bisschen rein, dass man auch schon mal am Anfang was hat an Content und kann dann halt da tiefer reingehen in den Dialog. Und das finde ich auch ultra-smart, weil natürlich ist es schon nochmal was anderes, wenn du im direkten Dialog bist mit Kunden, also wenn du ein wirkliches Gespräch hast, auch wenn es über Zoom ist, anstatt von, wenn jemand einfach Kommentare schreibt. Weil da kannst du nochmal tiefer reingehen, kannst du nochmal nachfragen. Wir wissen alle, die besten Antworten kommen dann, wenn wir fünfmal warum fragen und ganz tief reingehen und graben. Und da hast du halt die Möglichkeit da. Plus natürlich die Face-to-Face-Connection ist nochmal wertvoller, als wenn ich jetzt irgendwie einen Namen sehe auf Facebook, der dann einen Kommentar schreibt. Und da kommen wirklich alle, sind alle Kunden eingeladen? Die laden sicherlich, das weiß ich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall viele Kunden, ob sie das selektiv machen, vielleicht für eine konkrete Industrie oder jetzt direkt alle, das weiß ich nicht genau. Und natürlich kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viele Kunden du hast. Also wenn du irgendwann hunderttausende Kunden hast, ist es schwierig, da einen Zoom-Call zu öffnen. Ja, das ist nicht skalierbar wahrscheinlich. Genau, und Perspective hat auf jeden Fall mehrere tausend Kunden. Da einen Zoom in den Custom-Round-Table zu machen, würde wahrscheinlich ein bisschen, da ist das Format dann halt für die Größe auch nicht mehr so relevant. Aber bei Audience Plus, die haben auch eher tendenziell ein bisschen größere Unternehmen, dadurch natürlich quantitativ weniger. Und ich glaube, umso mehr du im Enterprise-Segment auch bist, umso eher kannst du das dann auch machen. Deswegen kommt es natürlich auch immer darauf an, was du für eine Zielgruppe hast, welches Format von dem Community-Gedanke für dich am besten ist. Und bei dem Roundtable, was da auch mega smart ist, was sie auch machen, ist, sie laden dann immer noch so ein, zwei potenzielle Kunden ein, also die quasi noch in der Pipeline sind, aber fast ein Kunde sind, dass sie sich schon so fühlen oder schon so behandelt werden, als wären sie ein Kunde. Und das finde ich halt auch ein richtig smarter Play. Absolut, ja. Und da kommt auch wieder diese Zusammenarbeit zwischen Marketing-Sales, Customer-Success zum Scheinen, wirklich. Es halt einfach viel leichter auch umzusetzen, als in kleinen Organisationen noch. Also auch Audience Plus ist ja noch relativ klein. Super klein, ja. Und das ist natürlich auch ein cooles Play, zu sagen, allein aus der Effizienzperspektive, wir haben lieber ein Roundtable vielleicht die Woche und nennen es Roundtable und nicht immer Support Call oder was auch immer. Ja, sogar das. Ich habe auch von einem, ich weiß nicht genau, ich habe den Namen nicht mehr ganz, aber von einem Berliner Startup gehört, die machen es einmal die Woche einfach anstelle von One-to-One-Customer-Success-Calls. Einfach, weil die da wahrscheinlich noch super early sind, vielleicht haben die nicht mal einen dedizierten Manager da, vielleicht macht das sogar noch jemand, irgendwie der Founder oder so, weil er setzt sich zumindest mal einmal die Woche, dann hat er einen Open Call quasi, können alle joinen, alle Kunden und wickelt das so auch einfach ab. Ich weiß nicht, ob das genauso smart-framed wie jetzt Roundtable, weil ich finde es schon irgendwie, bringt eben nochmal eine Werthaltigkeit und auch wenn da nochmal was präsentiert wird, was vielleicht auch von Marketing an Content erstellt wurde, super, super gut. Aber ja, es ist eine sehr, sehr, interessante Methode und ich glaube auch da, diese menschliche Verbindung wird gerade aktuell auch wieder sehr geschätzt. Kennst du denn noch Beispiele aus so größeren Unternehmen, wenn wir jetzt mal Richtung Customer Marketing kennen, du hattest mir vorhin was von Zoom Info ein bisschen erzählt, fand ich ultra spannend, vielleicht kannst du da mal ein bisschen reingehen. Ja. Bei Zoom Info, wir wissen es alle, Public Company, machen über eine Milliarde ARR, ist super groß. Warte mal. Wir wissen alle, Zoom Info, Public Company, machen entsprechend viel ARR auch schon. Hast du da ein Beispiel? Wie war die Story da nochmal? Fand ich ultra spannend, was die da gemacht haben, Richtung Customer Marketing auch. Man guckt ja viel auf so die neuen, jungen, innovativen, also im Go-to-Market-Bereich auch innovativen Startups viel, wenn man sich so schaut, was sind so die Sachen, die richtig gut funktionieren. Da denke ich an Copy AI, die irgendwie sagen, wir haben eine Stellenausschreibung für jemanden, der irgendwie eine Mischung zwischen Marketing und SDA ist, etc. Deswegen ist Zoom Info so ein interessanter Case, weil die gibt es schon sehr lange, es ist auch immer noch Founder geführt, soweit ich weiß. Ja, Henry ist noch am Start. Genau, richtig. Und die machen trotzdem sehr, sehr, wie ich finde, innovative, coole Sachen und haben natürlich ein ganz anderes Budget zur Verfügung, auch wenn das von oben wirklich auch so gelebt wird, direkt. Und eine Sache, die mir da in Richtung Customer Marketing extrem gefallen war, hatte die eine Kampagne gemacht, wo die quasi Feedback, also schriftliches Feedback in Foren, etc. oder Support Tickets, von Kunden und Kundinnen quasi ein Screenshot von gemacht haben und haben dann in den Geos, also in den Zip Codes, wo die Leute tatsächlich gelebt haben, eine Out-of-Home-Kampagne daraus gemacht, einfach nur mit dem Screenshot, sodass die Leute sich selber gesehen haben in der Out-of-Home-Kampagne, out of nowhere, mit irgendeinem Feedback gegeben haben, mal in Zoom-Info. Haben die die Namen dann da auch gelassen? Boah, das weiß ich gar nicht. Das wäre schon krass. Ja, wäre schon krass, aber ich glaube, in Amerika ist das wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen anders alles. Da kannst du wahrscheinlich schon machen. Da sind die Leute, glaube ich, auch mehr so bejahender zu sowas. Also die sagen so, oh geil. Und auch die anderen Leute denken sich so nicht so, boah, das ist aber mir zu privat, sondern denkst du, oh wie cool, dass der da steht. Wie willst du reagieren, wenn du jetzt hier durch Winterhude läufst in Hamburg und auf einmal so ein Billboard ziehst mit deinem Name, wo du Feedback an irgendein Tool gegeben hast? Weiß ich nicht, ich würde mich wahrscheinlich irgendwie, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, schockieren, nee, keine Ahnung. Ein Rollercoaster der Emotions. Ja, ja, ja. Absolut verwirrt auf jeden Fall, das ist mal sicher. Vor allem irgendwie ohne Ankündigung. Ich würde mir so denken, was ist jetzt los? Also ich würde das wahrscheinlich eher negativ aufnehmen. Okay. Aber wir haben ein Video drauf gemacht, wie die Leute halt reagiert haben, weil die sind dann irgendwie dahin geflogen, haben das dann mit denen abgedreht. Sicherlich zu einem gewissen Grad staged, weil irgendwie müssen die ja sagen, hey, wir wollen das auch irgendwie aufnehmen und so weiter. Nichtsdestotrotz, man hat den Leuten in dem Video schon meines Empfindens nach auch authentisch angemerkt, dass sie das halt extrem gefeiert haben und die haben niemals damit gerechnet, dass so eine große Company sowas machen würde, weil das so sehr, einfach so eine Geste ist, die jemandem zu verstehen gibt, hey, du wirst gesehen, du wirst gehört und dann haben die natürlich diese Requests auch, dieses Feedback auch in einer Form bearbeitet und umgesetzt und daraus haben sie im Endeffekt, kann man sicherlich auf dem, Henry war sein Name, hast du gesagt, auf dem LinkedIn-Profil, wenn man ein bisschen runter scrollt, in dem Fall ein, zwei Monaten war das. Henry Schock, CEO. Kann man da sicherlich noch sehen, haben die so ein Video daraus gemacht, wo sie dann diese Reactions von den Leuten, die das gesehen haben, quasi geshared haben. und damit positionierst du dich als Fauna und CEO natürlich auch so nah, eigentlich mittendrin in der, bei deinen Kunden und gibst dann das Gefühl, hey, wir hören dir wirklich zu und wir stellen, selbst wenn was nicht perfekt ist so, wir sind auch nicht perfekt, aber wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass es immer besser wird für dich. Ich glaube, das ist eine so starke Message und hat auch sehr, sehr viel positives Feedback in den Kommentaren etc. dazu erfahren dann. Wenn wir schon bei Zoom-Info sind, gibt es noch eine zweite Anekdote. Ich gehe auch noch mal kurz mit Share. Und zwar waren die wohl bekannt, mir war es selber nicht bewusst, aber die waren wohl ganz lange bekannt, eine wirklich schlechte Chrome-Extension zu haben. Das ist ja ein Tool, wo du im Endeffekt Telefonnummern etc. einsehen kannst, auch von deiner Zielgruppe. Und da macht es natürlich Sinn, über einen Klick, über eine Extension direkt die Daten zur Verfügung zu haben. Scheint wohl nicht funktioniert zu haben, Buggy etc. Es gab da viel, auch da wieder viel Feedback vom Kundenstamm. Haben die auch quasi die Schwäche in eine Stärke umgewandelt und gesagt, wir nehmen jetzt das Product-Team und das Marketing-Team und die lesen jetzt mal so die schlimmsten Bewertungen, wo die wirklich durch den Dreck gezogen werden für diese Extension. So, wie kann das sein, so ein großes Unternehmen, das ist so eine wichtige Sache und ich kriege hier einfach die Daten nicht. Teilweise witzige Begriffe verwendet. Bis hin zu fast schon Beleidigungen haben sie halt so vorgelesen und standen da halt so. dann in dem Video meint sie so, ja stimmt schon irgendwo, also die ist wirklich nicht gut, die Extension. Das ist quasi voll zugegeben, das ist komplett geowned. Und der CEO selbst auch wieder im Video zu sehen dann, irgendwann wieder zu sagen, hey, geht gar nicht, wir müssen noch was ändern und dann haben die quasi diesen, in diesem Video dann präsentiert mit dieser Herleitung, dass die jetzt da irgendwie eine neue Extension 2.0 launchen und die bessere Datenqualität nochmal und, und, und. Und das fand ich auch sehr stark und auch einen Schritt Richtung Customer-Marketing natürlich, weil so dieses Gefühl von, boah, wie kriegen die das nicht hin, ich zahle dir so viel Geld und nicht mal die Chrome-Extension funktioniert, halt umwandeln, was sehr menschlich ist, so wie, hey, wir haben ja echt einen Fehler gemacht und danke für den Feedback, wir haben daran gearbeitet und hier ist eine bessere Version davon. Und ich glaube, das ist einfach so, diese Beziehung, die du dann auch mit Kundinnen weiter pflegst, sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass deine Kundinnen irgendwann denken, die interessieren sich gar nicht für uns und die interessieren sich nur für Nasdaq und was auch immer und überhaupt gar nicht dafür, wie das Produkt für uns eigentlich auch noch Wert liefern kann. Ja. Ich glaube, du, ich glaube, du gewinnst einfach so ultra viel an Sympathie und Vertrauen, wenn du einfach mal die Dinge ownst und du einfach mal sagst, ey, Leute, ihr habt recht, es ist wirklich einfach nicht gut. Und gerade mit dieser Prise an Humor in einem Reaction-Video das nochmal irgendwie so aufzubereiten, ist halt mega, was auch zeigt, hey, du hast recht, wir sehen dich und wir übernehmen jetzt aber auch Verantwortung, dass es besser wird. Ja. Und dann, glaube ich, gewinnst du die Kunden auch nicht nur länger, sondern teilweise auch die wieder zurück, die vielleicht aufgrund dessen gegangen sind. Ja. Also auch Richtung Customer Winback nochmal zu gehen, ist da sicherlich auch ultra relevant. True. Und da geht es wirklich viel um den Content und nah beim Kundensein und diese Datenpunkte und Feedbacks, die ja mittlerweile so leicht zu generieren sind über die ganzen digitalen Medien etc. Wahrzunehmen, wertzuschätzen, ernstzunehmen, mit in die Content-Strategie im Marketing, dann dort sitzen oft die Ressourcen, einfließen zu lassen. Ja. Fängt im besten Fall bei Zielsetzungen an. Vielleicht kann man aber auch einfach ein extra Budget verargumentieren, um mal zu schauen, dann kriegen wir da irgendeine Korrelation Richtung Absolute Retention hin. Sehr, sehr spannend und ich glaube aber wahnsinnig unterschätzt. Ja. Und ich finde auch gerade, weil es so wichtig ist, auch als CEO oder C-Level generell so nah am Kunde zu sein, gerade deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man selber aktiv wird, finde ich, im eigenen Content des Unternehmens. also dass man sich selber hinsetzt in einen Podcast wie wir jetzt zum Beispiel oder in eine YouTube-Content-Strecke oder in eigene LinkedIn-Posts, dass man die selber verfasst, weil man da eben so nah, wie es nur geht eigentlich, an den Kunden dran ist oder dass man die Roundtables veranstaltet und sich selber als Geschäftsführer oder C-Level dann auch da reinsetzt und Fragen beantwortet und so direkt einfach den Kundenkontakt immer hat. Und das führt dann eben auch dazu, dass du diese Sympathie gewinnen kannst, das Vertrauen und dadurch die Retention gewinnst, den Churn verringerst und mehr Revenue machst. Absolut. Also ich glaube nochmal zusammenfassend, das ist im Endeffekt viel Content und kreative Art und Weisen nicht so plakativen Content, das ist nämlich auch was, was ich oft falsch gemacht sehe, ist so einfach sehr generelle, sehr unspezifische vielleicht LinkedIn-Kampagnen, wo da einfach steht so hey, we fucked up und komm doch bitte zurück so ein bisschen, fast so ein bisschen Bagging, aber du gehst eigentlich nicht so richtig auf den Schmerz ein, du ownst es nicht, du hast, das riecht schon danach, dass es aus irgendeinem hey, wir müssen jetzt auch mal was für Retention tun, kommt irgendwie. Wir brauchen eine Win-Back-Kampagne. Aber das dann nie, oder das vielleicht auch intern die Themen gar nicht so richtig, das ist teilweise auch so eine Ignoranz gegenüber Problemen dann so, hey, die Kunden sagen, die Chrome Extension funktioniert nicht und intern ist es aber eben so ein rotes Tuch oder so, weil da gibt es ein paar Probleme mit Developers, whatever. Und ich glaube, das ist einfach super, super wichtig, dass auch, da so eine gewisse Integrität drin zu zeigen und ich glaube, das macht die Effektivität aus und dann kannst du es gut distributen, dann kannst du es natürlich irgendwie in der Art und Form promoten, am besten aber eben über, meiner Meinung nach, diese Own-Media-Channel, weil wenn du es zu stark auf LinkedIn und Co kannst du so den ersten Schritt promoten, aber wenn du zu sehr da die Content-Strategie selbst spielst, wirkt es für mich auch immer ein bisschen zu commercial und nimmt so ein bisschen die Authentizität weg. Dementsprechend, ich glaube, im Marketing dieses Own-Media-Thema aufbauen und schauen es relativ viele in E-Mail-Listen, du hast angesprochen, in so Netflix-Formate oder Plattformen hinbewegst und da eine große Audience baust und die kannst du dann gut nutzen für, klar, Community, aber eben auch für Customer-Marketing. Ja, finde ich stark. Danke für das Schlusswort. Danke fürs Zuhören an alle. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen oder wenn ihr eine Frage habt, gerne auch nochmal in die Kommentare packen und dann freuen wir uns wie immer auf nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.